Eine Messe, die es schon so lange dauert wie ich, geht jetzt in die 36. Ausführung. Es geht um das ganze Konzept, das in die Jahre gekommen ist, auf die neue Zeit anzuwenden. Es ist eine sehr intensive Zeit. Wir haben mit über 54 verschiedenen Automarken zu tun. Wir müssen eigentlich jede einzelne im besten Licht darstellen. Wenn die Autos reingefahren, präsentiert und ausgeleuchtet werden, das hat schon fast etwas Magisches. Man muss sich vorstellen, dass bei Sanin jede Automarke individuell auftreten durfte. Wir mussten sie davon überzeugen, ein einheitliches Konzept zu akzeptieren und zu verstehen und das auch zu wollen. Da hat man wirklich 54 einzelne Gespräche geführt mit denen und hat sie davon überzeugen, wieso das jetzt das Richtige ist und dass doch alle miteinander gleichwertig auftreten. Die Autos Karschau Zürich ist ein neues Konzept für eine Ausstellungswelt, die alle Marken und alle Händler unter einem Dach und in einem Konzept vereint. Im räumlichen Bereich und Besucherführung haben wir keine Behinderungen mehr in der Sichtachse für den Besucher. Wir können sofort alles erfassen pro Chance. Im Standdesign eine sehr starke Reduktion auf wenig, aber designseitig sehr hochwertige Elemente. Das führt automatisch zu weniger Aufwand, tieferen Kosten und das ist heute natürlich auch mit einer Nachhaltigkeit verbunden, die dieser Branche sicher auch gut tut. Das gibt einen super Award. Ja.